Jo, Strubi, gleich ist es soweiiiiiit! Ja, was geeeeeeeeeet? Digga, guckst du mal auf Wohlzeit oder wat? Ja, ich weiß, 23.59 Uhr, aber gleich ist es soweiiiiiit! Ja, was denn? Wir präsentieren das neue Spiel für unsere Community da draußen! Digga, und dafür funkst du mich an? Digga? Ja, okay, vielleicht soll ich dich einfach nicht mehr anfunken, wenn wir ein neues Spiel um 12 Uhr nachts präsentieren, ist okay! Gleich ist es soweiiiiiit! Uhuhuhuuu! Katzin, 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 gleich macht es Katzin, 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 Katzin! Katzin, 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 Katzin! Ähh wo ist die Community? Halt, stopp, habt ihr hier nicht gerade noch gesessen? Äh, nee, wir hatten nur ne Fluppe in der Kippe, also das Spiel, was du jetzt vergauen willst, das haben wir schon runtergeladen. Ihr habt das Spiel heruntergeladen? Ja, klar, letzte Woche schon, wir waren Vorbesteller, also ich mein, solche Stores wie du einen besitzt, braucht man doch heutzutage gar nicht mehr. Aber warum wart ihr dann jetzt noch da? Na, wegen der Kippe in der Fluppe. Wofür arbeite ich eigentlich noch, Mann? Verdammte Axt, ey, scheiße ist doch das hier alles.